Nein, ich hör's doch schon! Nein! Ich träum' ich nicht, ich möchte das jetzt nicht. Bonio, meine Freunde der Leichen und Zeichen und Erhaltung. Willkommen zurück zu einer Runde Bad Wars mit, äh, mit dem ja. Ja, wir sind immer noch in der Lobby im Teamspeaker. Aber komm, wir gehen das Magnus ein. Ach so, oh yeah. Suche Risktakers. Suche, wir suche Risktakers. Today we're gonna show you how to take the risk. And now we're making videos in English. In English. Please now tell our, tell your English and American friends about us, because we really, really want them to look for our videos. Thank you. Okay, hello, I'm Pluton, I'm from Germany. Oh crap, wie hab ich verbaut? I'm from Germany. That's all you need to know. It's the English episode now. This is really great. I hope you really enjoy it. Anna, wir müssen uns, wir have to hurry up. Okay, wir lassen das mal lieber. Dann reißen uns die Zuschauer noch den Kopf ab. Kriegen Kopfschmerzen. Wei, wei sei schon. Wei sei kriegen Henrik. Wei sei, du sei kriegst der Henrik. Oh, I'm the first in the middle. That's the good thing. That's the good thing. In the middle of the street. Ah, how. That's the lubi in the middle of the street. Ah, that's the good thing. Ich brauch nur noch ein Gold. Oh. Uh, ich hab acht. Okay. Was? Was war das denn? Ich hatte Angst, dass einer hinter mir war. Das ist echt, als hätte ich gerade jemanden so spontan geknebelt. Uh. There's the bad gone. Uh, there's the bad gone. Oh, man. Kann keiner nehmen. Okay, das ist gut. Oh. Ich mach jetzt mal kurz zum Eisen. Ich mach ja heute irgendwie so eine gechillere Taktik. Ich weiß gar nicht, was los ist. Denn Taktik. Ja, man muss aber auch mal ein bisschen chillen. Also einer hat auf jeden Fall richtig genaselt. Hier bei denen. Ich krieg den ein. Ach komm, hör mir doch auf. Der Geheg? Hör mir doch auf. Der Geheg? Der Geheg? Der Geheg? Hast du auch Eisen für mich? Ich hab Eisen für mich. Uh, hier Eisen. Oh, jo. Oh. Bum, 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 bum. Ich hab, glaub ich, lang nicht mehr eine Rustic-Runde so entspannt und ruhig angegangen. Mit Bett einbauen. Alter, Junge, was ist denn los? Zum Eisen bauen, ja. Weißt du, wie ich das Bett einbaue? Mit Igel. Igel? Ach, mit der Igel-Taktik? Ja, ich hab das Bett, Alter, geigelt. Kein Scheiß. Krass. Warte, ich zeig's euch jetzt noch mal. Warte. Erssig, ne? Riecht mal kack dran. Hör. Hör. Wieso treff ich die denn nicht? Was ist denn los, Alter? Oh, nee. Äh. 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 Man muss noch sagen, es ist sehr, sehr früh für unsere Verhältnisse. Eigentlich kann ich so früh für unsere Verhältnisse. Also, meine normalisieren sich wieder ein bisschen. Ich hatte ja mal eine Zeit lang einen echt guten Rhythmus. So immer mit neun oder zehn. Aufstehen. Aufstehen. Ich kann das mal! Waaah! 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 We are in the middle. Waaah! Waaah! We have a great time. Oh, da einer hat nen Bogen. We have a great time. Oh, da ist er tot! Haha! Mit dem Bogen, ja? Ja, ich hab den einen mit dem Bogen. Das ist ziemlich cool. Gehrazel. 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 So. Ich bin mal bei Dings hier, ne? Bei der... Ja gönn dir mal Kind. Gönn dir mal. Also, sag mal so ne kleine smarte Maid. Oh, hi Oh, da hat er mich noch bekommen, tatsächlich Das ist natürlich nicht so gut Er hat dich getötet Er hat mich getötet I have some gold and smear Totally And you did not see that I have Willkommen bei der Bob Marley Folge You're my roster man Okay, alles gut, ich klär das schnell Ich klär das schnell mit meinen beiden Buddys hier, weißt du Die wollten jetzt wieder ein bisschen naseln Ich möchte denen erstmal gesorgt, nein, nein, nein So nicht And I did not see the refugee Oh, oh, oh Oh yeah I shoot the cherry Haben die anderen Bogen noch? Weiß nicht Okay, geh einfach mal kurz rüber Oh, yes Blau, blau, komm, blau, blau, komm Hi, blau Let him Let him come Let him come You can't You cannot stop me For being awesome Oh, add magic sticks Oh, ich glaube, der hat gerade auch noch einen Bow Warte, aber Der kennt meinen Shit nicht Oh, oh, okay Okay, alles klar Und Drei Zwei Eins Okay Also ich sehe hier die ganze Zeit Brüste Das irritiert mich ein bisschen, muss ich sagen Der hat den weiblichen Skin so Hallo Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich spreche dafür Hör, du, ich jubel Jubel, oh, oh, jubel, jubel Oh Das war meine, das war meine Taktaktaktaktik Der fällt da um Die kann dann noch keiner Oder da kommt jetzt, da kommt jetzt noch der eine von Blau Oh, das ist natürlich jetzt nicht so ein neuer Typ, ey Ich habe auf jeden Fall gut getaktaktaktet Da kann mir jeder sagen, was er will So, dann, dann ass ich mal wieder ein bisschen rum Ey, wir haben ja so eine Vormachtstellung Oh, Pideso Ja Ease get blood, Alter, was los? Ich sammle hier eigentlich nur Gold Ja, ein bisschen Goldy Ich lasse ich das eigentlich da mit Road Weißt du, das ist dein Krieg Ich habe Blau auch schon Ich mische mich da nicht ein Das ist deine Sache, weißt du? Das mache ich auch nicht Patsch nicht mal! Geh weg! Bauen wir eine eigene Basis So, schauen wir mal Oh, was machen die? Oh, jetzt haben die Jungs es gecheckt Jetzt haben sie es auf jeden Fall gecheckt, was ich vorhabe Oh, jetzt kommen sie Da oben, da oben steht er Alter, hat schon den Magix Oh, jetzt baut er noch mal Oh, jetzt, oh Das ist aber jetzt hier, ne? Und dann mache ich einfach so Ui, 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 ui Ui, oh Zack What the frickin? Dass du das nicht... Was? Jedes Mal das Gleiche Wie könnt ihr mich denn nicht sehen? Also ich sage ja immer Wenn sich einer über das Bett baut Immer auf den gucken Hier, hier, hier Oh, Alter, what the fuck? Einfach mal mit 21 Weg runterspringen Tschüssi Nein Ich kriege übrigens immer mehr Shit Dass ich mal endlich das Waffeleisen holen soll Oh, oh, oh Entschuldigung, Entschuldigung Ease get, Ease get noscoped Ja, das Waffeleisen kannst du gerne abholen Hole ich, hole ich, hole ich Alles klar Ist es ja auch um, um Um, um Um, uh, uh Nein Ich höre es doch schon Nein Nein Ich träume mich nicht Ich möchte das jetzt nicht Nein Jetzt schaffe ich es Nein Jetzt schaffe ich es Ja Hallo 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 Mein Teamate stört mich Heck Heck Trolling Trolling Heck Oh, ich habe keine Blocke mehr Oh, ich habe ein bisschen Schiss jetzt Ich wollte da so riskant drüberspringen Aber ich glaube, das Beste Was misst du gerade Die sind in der Mitte, ne? What? Ja, ja Der Rode Oh, der ist auch voll ekript Jenny from the Blocks Aber ich gehe jetzt einfach mit dem ganzen Gold hin Und mit dem Eisenschwert I'm helping you Okay Boah, eigentlich den getroffen, ne? Äh Oh, der hat da jetzt aber noch einen Bogen Oh, da kommt der andere Rode Baron Der Rode Baron Oh, was geht bei ihm, Alter? Der hat aber, oh, oh Er hat mal ein bisschen die Luft gehittet So, die alte Ich helfe dir Die alte Schnapstrossel dahinten Ich mache es Ich mache es Ich bin ein bisschen nervös Ich bin ein bisschen nervös Oh Gott Oh Gott, er hat ein Bogen Das habe ich doch gesagt Ich habe keine Blöcke mehr, Smurf Doch, ich habe eine Blöcke Wie du einfach da drin hängst auch Ich habe keine Blöcke mehr So, ich gehe mal kurz zurück in die Base, ne? Du packst das ja schon Wie das alles zugebaut ist hier Ich gehe auch zurück Ja, das ist voll cool Wenn man die ganze Zeit so rennt Und Blöcke platzt hier So, ich gehe nicht mehr Oh Gott, ich werde hier fast 100 gefahren Okay, alles klar Oh Gott, Mann ey Ich falle immer in deine Lücken Das ist echt voll schwierig Du brauchst Blöcke Oh Gott So Hallo Entschuldigung Entschuldigung Ich möchte es nicht Getrollt vom eigenen Teammate Jo, Jo, Smurf Jo, Jo, Jo Sterben jetzt Jo, 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 Jo Jo, Jo, Jo Jo, 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 Jo War nicht so lustig jetzt Ich bin für mich getrollt Okay, ich baue mich mal durch die Tunnel hier Okay So, zack Der Typ uns schon getötet? Ne, ne? Nö Wie wir auch nur Scheiße bauen Und der Typ es nicht auf die Kette kriegt Irgendwie ansatzweise etwas Gefährliches zu machen Let's go Oder ist er? Oh, cool Und er occupiert jetzt die Mittel, Alter So, wir könnten uns hierherzeit übrigens eine Enderperle machen, weil wir glaube ich noch genügend Gold haben Alter, wie sehr der einen da trifft Oh, ich habe ja noch gar nicht eine volle Rüstung Oh, hi Ich bin übrigens noch Das wird schießt So Verstehe ich jetzt nicht Alles klar Einmal kurz so Also das ist wirklich die schönste Basis, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe Auf der schönsten Weg Sieht aus wie ein Tumor, Alter Oh Gott, jetzt bin ich schon wieder in so ein Loch gefallen Kannst du denn immer ins Loch? Ich weiß es nicht Aua Okay, Angriff? Ich glaube schon Okay, Angriff Ich will verkacken Aua Er hat mich getroffen Ich habe aus Versehen mich ein bisschen verbaut Jetzt Angriff War ein guter, guter, langer Angriff Oh, ich bin wieder ins Loch gefallen Angriff Oh, er hat das ein bisschen abgebaut Hat target von beiden Sides Oh, er hat mich Oh Gott Aber ich mach ihn Oh G zu dem G Ja Das war mal eine Runde Oh, der ist direkt gelieft Trotzdem GG dir Liebe Blüten Wir haben das Oh GG-Face Ja Wie es angehört hat Das ist gerade wie so ein Mimi Irgendwie scheiß Gigi Geil Wird eine echt gute Runde Wuhu Okay, Leute Wenn es euch gefallen hat Dann lasst mal ein Däumchen nach oben da Schaut auf jeden Fall mal Mein lieben P-Dissert-Ax-To-The-Wars-For-Bad Und dann gibt es weiter Irgendwelche Folgen Und ihr müsst mal gucken Was bei Gleiasch passiert ist Das ist unglaublich Auf jeden Fall mal Dich Kaktus Tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal.